Manche meiner Kollegen halten ihn für ein reines Beschreibungsphänomen und denken, naja, dann wird die Demokratie noch einmal belebt. Ich selber denke, der autoritäre Populismus ist eine Bedrohung der Demokratien. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview im Rahmen der Reihe Säulen der Demokratie, die vom Lehrstuhl für politische Philosophie, Theorie und Ideengeschichte der Universität Regensburg in Kooperation mit Präfaktisch organisiert wird. Ich freue mich sehr, heute Herrn Prof. Dr. Peter Niesen aus Hamburg begrüßen zu dürfen, um mit ihm über die Bedeutung von Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik in Demokratien sprechen zu können. Herzlich willkommen, Herr Niesen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ein schöner Ausflug nach Regensburg. Ich würde einfach mal mit einer relativ allgemeinen Frage anfangen. Herr Niesen, warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass wir uns mit Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik befassen, also den Blick in die Vergangenheit richten, wenn wir zeitgenössische Herausforderungen der Demokratie verstehen wollen? Ja, also die Frage leuchtet mir sehr ein. Man könnte ja sagen, haben wir nicht genug zu tun mit aktuellen Problemen wie dem Klimawandel, mit der Finanzkrise, mit den Nachwirkungen von Corona, den allgemeinen Lebenshaltungskosten. Jetzt kommen neue Kriege dazu. Warum sollen wir uns jetzt über Gedenkpolitik, Erinnerungspolitik oder wie ich am liebsten sage, Vergangenheitspolitik unterhalten? Dieser Ausdruck Vergangenheitspolitik, der stammt von Norbert Frey. Der hat ihn in den 90er Jahren geprägt, um die unterschiedlichen Elemente von einer Politik, die sich auf die Vergangenheit bezieht, gemeinsam zu bezeichnen. Und ich denke, ein Grund, warum wir uns mit Vergangenheitspolitik beschäftigen können, ist der autoritäre Populismus und seine Erfolge. Das wird kaum jemand abstreiten, weder in der Politikwissenschaft noch in der Gesellschaft, dass der autoritäre Populismus eine Herausforderung für die Demokratien darstellt. Manche meiner Kollegen halten ihn für ein reines Beschreibungsphänomen und denken, naja, dann wird die Demokratie noch einmal belebt. Ich selber denke, der autoritäre Populismus ist eine Bedrohung der Demokratien. Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, was verschiedene Typen von Vergangenheitspolitik für die Auseinandersetzung mit dem autoritären Populismus heute bedeuten können. Würden Sie sagen, aus spezifisch deutscher Perspektive ist es dann vielleicht besonders wichtig, sich mit Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik zu befassen? Und wenn ja, vor dem Hintergrund auch aktuell ansteigender populistischer Tendenzen, welche Lehren können wir vielleicht ziehen? Ja, ich meine, ich kann auch aus meiner Haut genauso wenig raus wie irgendjemand anderes. Und natürlich ist es klar, dass ich mich diesem Problem vor dem Hintergrund einer postgenozidalen Demokratie, wie das die Bundesrepublik nun mal ist, zuwende. Und jetzt ist es so, dass in der Bundesrepublik Vergangenheitspolitik ja eigentlich keine neue Erfindung ist, sondern das begann im Grunde gleich in der Nachkriegszeit. Ich habe heute in der Vorlesung über Karl Jaspers gesprochen, das will ich hier nicht nochmal ausführen, aber die Schuldfrage steht im Mittelpunkt. Die Haftung, die die Nachgeborenen übernehmen können, dann gibt es aber natürlich interessante institutionelle Reaktionen, wie beispielsweise die Parteiverbote, ein Verbot einer nationalsozialistischen, ein Verbot einer kommunistischen Neugründung in der frühen Bundesrepublik, die Frankfurter Auschwitz-Prozesse in den frühen 60er Jahren. Es gibt eine ganze Vielfalt von vergangenheitspolitischen, auch rechtlich relevanten Institutionalisierungen in der Bundesrepublik, die wir alle im Blick behalten müssen, wenn wir uns über die Frage von Vergangenheits- und Gedenkpolitik austauschen. Ich glaube, dass diese besondere Vielfalt eine gewisse Rolle spielt. Das ist so der Footprint der deutschen Demokratie. Aber es gibt auch in der Politikwissenschaft Versuche, die unterschiedlichen vergangenheitspolitischen Zugänge zu typisieren. Und da, glaube ich, ist in der Vergangenheit einiges Interessantes erforscht worden. Es gibt von dem amerikanischen Politikwissenschaftler David Art ein glanzvolles Buch, The Politics of the Nazi Past, wo er die Vergangenheitspolitik in der Bundesrepublik und in Österreich einander gegenüberstellt. Und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen klischeehaft an, und das tut mir auch leid für alle Österreicherinnen, die zusehen. Aber bei Art ist das eine ganz klare Unterscheidung zwischen einer Kultur der Zerknirschung, Culture of Contrition, wie er die bundesdeutsche Vergangenheitspolitik identifiziert und typisiert, und andererseits einer Culture of Victimization, einer Kultur der Victimisierung, wie er das für den österreichischen Fall behauptet. Dazu muss man sagen, diese Arbeit ist schon Anfang der Nullerjahre erschienen und wendet sich zurück auf die Zeit, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und endet auch mit der Aufnahme der Empirie um die Jahrtausendwende, sodass man sagen muss, das ist einerseits sowieso idealtypisch, weil es zwei Typen voneinander unterscheidet, aber es ist auch jetzt nicht mehr die Diagnose unserer Realität. Was den autoritären Populismus angeht, ist der Ansicht, dass eine Kultur der Zerknirschung eher Grund hat, sich vom autoritären Populismus fernzuhalten und keine vorschnellen Kooperationen einzugehen. Er macht das fest an dem, was er Cordon Sanitaire nennt. Wir nennen das heute Brandmauer. Das heißt also an der Zusammenarbeit zwischen konservativen, aber nicht nur konservativen Akteuren mit autoritär-populistischen Parteien. Und da sehen Sie auch, dass jetzt bei allem Klischee diese Diagnose im Hinblick auf Österreich und die Koalition mit der FPÖ, einer autoritär-populistischen Partei, doch eine gewisse Signifikanz hat, weil er glaubt, voraussagen zu können, dass Kulturen der Zerknirschung, wie er sie zumindest für den damaligen Zeitpunkt, nicht für die unmittelbare Nachkriegszeit, aber für die zweite Hälfte der Nachkriegszeit sozusagen festhalten zu können, glaubt, dass diese Kultur der Zerknirschung eine festere, stärkere, höhere Brandmauer zum autoritären Populismus einzurichten in der Lage ist. Das heißt insbesondere, dass autoritäre Populisten, die so ein bisschen mit dem Narzissmus flirten, dass die im Grunde kein Bein auf den Boden bekommen haben. Wie gesagt, ich rede von einer Studie, die 2005 erschienen ist. Und das heißt nicht, dass das für alle Zeiten Geltung beanspruchen kann. Das heißt, wir sehen uns im Moment herausgefordert von der Frage, wie sollen wir mit der Brandmauer weiter umgehen. Hat die weiter Geltung? Und wenn ja, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Vergangenheitspolitik, einer Politik der Zerknirschung und einer Politik, die Brandmauer aufrechtzuerhalten und den Cordon Sanitär gegenüber rechten Akteuren aufrechtzuerhalten, die sich selber in ihrer Rhetorik ja auch ganz umgeschützt am Nationalsozialismus bedienen, wie das in der Bundesrepublik leider der Fall ist. Ich habe mich im Vorfeld natürlich auch mit ihren Publikationen beschäftigt und bin bei einem ihrer jüngsten Artikel über den Begriff des Imperativs der Nichtregression gestolpert. Einmal in Anlehnung an Adorno, einmal in Anlehnung an Habermas. Vielleicht können Sie uns ein bisschen genauer erklären, was Sie damit meinen oder was mit dem Begriff gemeint ist. Ja, also dieser Beitrag hat tatsächlich einen etwas sperrigen Titel, der Imperativ der Nichtregression. Der ist erschienen in einem Sonderheft zum Thema demokratische Regression. Und da gibt es ein sehr breites Forschungsfeld. Und die Ursachenforschung, die ist ja sehr differenziert inzwischen. Und mein eigener, ja so sperrig betitelter Aufsatz, der entwickelt die These, dass Nichtregression eigentlich ein politischer Imperativ unserer Zeit ist. Und ich entwickle das von Adorno und Habermas her. Für mich ist das ein interessanter, normativer Begriff Nichtregression. Denn die Regression, die identifiziert einen einmal erreichten Standard, hinter den man zurückfällt. Das heißt, es gibt bestimmte Errungenschaften, die ein Kollektiv geschafft hat. Und jetzt gibt es Bedrohungen. Und das Niveau entweder der Zivilisiertheit oder der Institutionalisierung, der Rechtsstaatlichkeit oder aber auch der Demokratie fällt hinter einem bereits erreichten Standard wieder zurück. Das bedeutet, man hat einen internen Standard, vor dem man sich verantworten muss, vor dem man sich blamieren kann. Es ist nicht so, dass jemand einem von außen moralische Kritik am derzeitigen Entwicklungsstand äußert, sondern man blamiert sich im Grunde vor den Errungenschaften der eigenen Vergangenheit. Deswegen denke ich, ist für heute und für unsere Situation so etwas wie ein Bekenntnis zur Nichtregression und von mehr aus auch das Gesolltsein der Nichtregression, der Imperativ der Nichtregression eine Frage der Zeit. Adorno selbst hat nur einen einzigen Imperativ in seiner ganzen philosophischen Laufbahn formuliert und das ist auch ein Imperativ der Nichtregression. Adorno hat gesagt, es gibt nur einen einzigen Imperativ und wer für den eine Begründung einfordert, der hat es nicht wirklich verstanden, in welcher Zeit sie oder er lebt. Denn das ist der Imperativ, dass sich Auschwitz nicht wiederholen dürfte. Und damit spielt Adorno natürlich auf den Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus an, auf die Vernichtung der europäischen Juden im Nationalsozialismus und das darf sich nicht wiederholen. Das ist sehr bemerkenswert, weil Adorno ja im Grunde nicht besonders freigiebig war mit normativen Forderungen. Und das ist, glaube ich, der einzige deontologische, also der einzige Sollenssatz, den Sie bei Adorno so ungeschützt finden. Und deswegen denke ich, dass wenn man hier ansetzt und sagt, es gibt so etwas wie ein Hintergrundverständnis in der bundesrepublikanischen Vergangenheitspolitik, dass dieser Imperativ immer noch gilt und ich wüsste nicht, wer den bestreiten wollte, dass man dann fragen kann, hat dieser Imperativ eine gewisse Relevanz für die heutige Demokratie in der Bundesrepublik? Und da würde ich jetzt weniger ansetzen dabei, dass man das Wiederabgleiten in den Nationalsozialismus verhindern muss. Das muss man natürlich auch verhindern, aber das ist nicht die gesamte Bedeutung dieses Imperativs, sondern ich orientiere mich da an Habermas, der im Historikerstreit im Jahre 1987 argumentiert hat gegen so etwas wie geschichtspolitische und auch staatlich verordnete demokratische Regression. Damals hieß das noch die nichtdemokratische Regression, das ist jetzt dieser griffige Begriff, den das verdienstvolle Buch von Armin Schäfer und Michael Zürn eingeführt hat. Aber Habermas hat im Historikerstreit ganz klar die Gefahr im Kopf, dass die Revision der deutschen Verantwortung für den Holocaust als eines bloßen Reflex auf andere Gräueltaten, dass die zur Nivellierung und zur Normalisierung des eigenen Geschichtsverständnisses beitragen wird und dass damit selbst eine Verschlechterung der demokratischen Qualität verbunden sein kann. Sodass also da der Zusammenhang zwischen Nichtregression im Sinne des Zivilisationsbruchs Adorno und Nichtregression im Sinne der Standards der Demokratie, die bereits erreicht sind in der Nachkriegszeit, dass da diese Verbindung hergestellt werden kann. Und das verbinde ich wiederum jetzt mit der heutigen Auseinandersetzung über Typen von Vergangenheitspolitik, wo es inzwischen auch noch differenziertere Vorschläge gibt als den von David Art, den ich eben geschildert habe mit der Zerknirschung und der Viktimisierung. Heute ist also der Standardansatz der, der vier verschiedene Typen der Vergangenheitspolitik unterscheidet. Das stammt von Karamani und Manucci und die sind der Ansicht, es gibt diesen Typ, den Sie in der Bundesrepublik exemplifiziert finden. Das nennen Sie jetzt etwas missverständlich Kulpabilisierung, also Schuldannahme. Ich denke, das ist ein Phantomwort und schon Jaspers hat in der Schuldfrage klargemacht, dass es bei den Nachgeborenen nicht um die Diskussion von Schuld geht, sondern um die Diskussion von Haftung. Haben wir Haftung zu übernehmen als Erben der Täter? Und jetzt gibt es also diesen etwas missverständlichen Ausdruck bei Karamani und Manucci, Schuldannahme sei es drum. Die drei anderen Typen, die Sie unterscheiden, die scheinen mir sehr interessant zu sein. Es gibt einmal die Viktimisierung, wie auch bei David Art. Dann gibt es die Heroisierung und davon kennen wir natürlich genügend Beispiele in Demokratien und Nicht-Demokratien. Und dann gibt es die Cancellation, also das Beschweigen. Und damit haben wir in der Bundesrepublik in der unmittelbaren Nachkriegszeit natürlich auch unsere Erfahrungen gemacht unter dem Titel des kommunikativen Beschweigens. Jetzt ist diese Studie auch schon wieder ein paar Jahre alt. Das ist noch 2019 erschienen. Und die Frage ist natürlich, ob diese reinen Typen oder diese Idealtypen, ob die sich auch so in die Zukunft fortpflanzen lassen und ob das tatsächlich auch stabile Typen sind. Das heißt, eine Vergangenheitspolitik, die einmal einen Weg eingeschlagen hat, die hält auch an diesem Weg fest und die hält auch in ihrem Verhältnis zum autoritären Populismus an diesem Weg fest. Das wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Was man auf jeden Fall nicht ausschließen kann, ist, dass sich diese Typen von Vergangenheitspolitik vielleicht sogar mischen. Es ist nicht klar, ob diese Demokratien, die den Weg der Schuldübernahme bzw. Zerknirschung, der Viktimisierung und der Heroisierung einmal eingeschlagen haben, ob die auch immer dabei bleiben und ob auch tatsächlich die jetzt unangefochten, beispielsweise von größeren Veränderungen, ich denke da jetzt an Immigration, an die Einwanderungsgesellschaft, diese Paradigmen einfach weiter reproduzieren können. Denn wir sehen, dass insbesondere in der Einwanderungsgesellschaft Bundesrepublik so etwas wie eine fraglose Haftungsübernahme für die Schuld der Väter, der Großväter und der Urgroßväter von Einwandernden und Eingewanderten Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern nicht fraglos übernommen wird und wahrscheinlich auch nicht fraglos übernommen werden soll. Sodass also jetzt die Frage ist, wie können wir dieses erinnerungspolitische Paradigma der Zerknirschung insofern modernisieren und öffnen, dass auch Einwanderinnen und Einwander sich zu diesem erinnerungspolitischen Vorgehen, das ja doch durchaus segensreich ist, wenn man ihm die Abgrenzung zum autoritären Populismus gut schreibt, wie sie sich dazu verhalten können. Vor dem Hintergrund Ihrer jetzt gerade ausgeführten Überlegungen, für wie gefährlich halten Sie denn die antisemitischen Tendenzen, die im Zuge des Nord-Ost-Konflikts jetzt auch in Deutschland wieder besonders sichtbar werden für unsere Demokratie und wie ist aus Ihrer Sicht damit umzugehen? Ja, also ich denke, wir haben selber genug eingeborene Antisemiten, dass wir uns zunächst mal mit denen beschäftigen sollten und es gibt im Moment so eine taktische Zurückhaltung von rechts außen, die versuchen sich im Moment sozusagen in die politische Mitte damit zu platzieren, dass also von Seiten der AfD und anderer rechtsradikaler Akteure es im Moment keine antisemitischen Äußerungen gibt, obwohl in der Vergangenheit natürlich die Dinge ganz klar auf der Hand liegen. Was ich zum heutigen, wir reden im Dezember 2023 und sehen natürlich den Krieg im Nahen Osten und sehen Demonstrationen auch von Leuten, die die palästinensische Sache vertreten in der Bundesrepublik. Was man auf jeden Fall festhalten muss, ist, dass es für so etwas wie Hamas Solidaritätserklärungen, also Solidaritätserklärungen mit einer terroristischen Organisation, meines Erachtens keinen Platz gibt. Das ist aber eine strafrechtliche Frage, die jetzt das weitere Gebiet der Vergangenheitspolitik und Erinnerungspolitik noch nicht präjudiziert und vorentscheidet. Was man wirklich ernst nehmen muss, sind die Grundrechtseinschränkungen auch im Sinne der Assoziationsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, die in den vergangenen Wochen meines Erachtens schon begründet, also aus bestimmten Ursachen, aber eben doch deutlich über das Ziel hinausgeschossen, die Versammlung von Akteuren, die der palästinensischen Sache verbunden sind, doch sehr stark eingeschränkt haben. Und da, denke ich, haben Verwaltungsgerichtsentscheidungen jetzt einen besseren Weg gezeigt, sodass man also nicht sagen kann, dass die Vergangenheitspolitik der Bundesrepublik hauptsächlich über Einschränkungen der Grundrechte läuft, wie das einige ihrer Kritiker im Moment zu beschreiben versuchen. Also ich denke, das ist eine Interessenkollision und es gibt sicher auch einige Fehltritte der Vergangenheitspolitik, der Zerknirschung, die eben zu stark ins Gebiet der Exklusion von Positionen gegangen ist. Insofern möchte ich nicht die Vergangenheitspolitik auch in ihren restriktiveren Aspekten in toto, in Schutz nehmen. Aber was mir wichtig erscheint, ist, dass es so etwas wie eine Auseinandersetzung mit der Motivation für eine Vergangenheitspolitik der Zerknirschung gibt. Habermas hat in seiner jüngsten Stellungnahme zusammen mit dem Frankfurter Forschungskluster Normative Ordnungen gesagt, dass die Menschenwürde für alle gilt und dass die Menschenwürde für Staatsangehörige von ihnen verlangt, sich diesen Grundsatz zu erschließen vor dem Hintergrund der Tätergeschichte. Das bedeutet nicht, dass man sich selber irgendwie als Täter imaginieren muss, das wäre völlig absurd. Das bedeutet auch nicht, dass man seine eigene Familiengeschichte umdeuten muss, dass man auf einmal von den Tätern abstammt. Also das sind auch so ein bisschen böswillige Interpretationen, die heutzutage zumindest in der Öffentlichkeit geäußert werden. Was man, wie Habermas glaubt, zumuten können soll, ist, dass sich Personen, die die Staatsangehörigkeit annehmen, auf dem Wege einer Auseinandersetzung mit der Tätergeschichte und dann natürlich auch mit der Erinnerungsgeschichte zu den Verfassungsgrundsätzen bekennen sollen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht selber auch als aktive Staatsbürgerinnen und Staatsbürger Teil der Revision dieser Erinnerungspolitik werden können und müssen. Das bedeutet also für den Fall, dass jetzt diese Kultur der Zerknirschung darauf beruht, dass diejenigen, die die Erben der Täter sind, eben diese Kultur gestiftet und reproduziert haben. Und es kommen Leute dazu, für die diese Täterhistorie eben nicht zutrifft, muss man sich fragen, ob die sich bedenkenlos auch in dieses Zerknirschungsparadigma sozusagen einfinden können. Viele von denen werden selber aus Gesellschaften stammen, die selber auch Unrechtsgeschichten sind. Also ich möchte das nicht jetzt bedenkenlos allen Leuten ansinnen, aber die Frage ist zumindest zu stellen, wie ein syrischer Flüchtling, die gegenüber Charlotte Wiedemann, die in der Taz darüber berichtet hat, gestellt hat, müssen wir nicht Verantwortung für Assad übernehmen. Müssen nicht andere Verantwortung für anderes Unrecht übernehmen und darüber natürlich auch zu einer Reflexion ihrer eigenen Position finden. Dazu gehört auch, müssen nicht Opfergeschichten als Opfergeschichten reflektiert werden können. Und was passiert dann mit dem klargeschnittenen Paradigma der Zerknirschung? Wird es sozusagen hybridisiert mit einem Paradigma der Viktimisierung von solchen Erinnerungskulturen der Auseinandersetzung? Intern kontroversen Kulturen der Auseinandersetzung wissen wir noch nicht sehr viel. Und wir müssen in der Politikwissenschaft genau hinschauen und die erforschen und sehen, worauf das hinausläuft. Ob das vielleicht produktive Veränderungen sind, ob die zumindest in der Auseinandersetzung produktive Effekte zeitigen. Denn ich könnte mir vorstellen, dass sowohl diejenigen, die sich jetzt stärker aus einer Opfergeschichte heraus, aus einer Geschichte von Flucht und Vertreibung in die Bundesrepublik begeben haben, beziehungsweise auch die Staatsbürgerschaft angenommen haben, dass die im Grunde gemeinsame Sache machen können müssten, mit denjenigen, die aus einer Kultur der Zerknirschung den autoritären Populismus ablehnen und sagen, also das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein Einreißen dieser Brandmauer gegenüber neofaschistischen und rechtsextremistischen und rechtsradikalen Organisationen, die dann irgendwann sogar an der Regierung Beteiligung finden können. Wir sprechen in einer Zeit, wo es im nächsten Jahr in, ich glaube, drei Bundesländern Landtagswahlen gibt und wo einfach die Frage ist, hält die Brandmauer? Und um nochmal auf unseren Einstieg zurückzukommen, ich würde demokratische Regressionen daran festmachen, dass autoritär-populistische Parteien und Bewegungen an die Macht kommen, dass die Brandmauer fällt, aber auch, dass man in Rücksicht auf sie die eigene Politik ändert, um die Wähler auch einzufangen. Und ich glaube, dass da aus unterschiedlichen Impulsen der Erinnerungskultur gemeinsam auch dieser Gefahr gewährt werden könnte. Jetzt haben Sie mit Habermas und der Stellungnahme eigentlich schon die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage geliefert. Ich würde interessieren, ob aus Ihrer Sicht der Wissenschaft, vielleicht insbesondere der Politikwissenschaft, eine ganz besondere Verantwortung zukommt im Umgang mit zum Beispiel antisemitischen Tendenzen. Und wenn ja, wie können wir als Politikwissenschaftler, die wir ja beide sind, diese Verantwortung vielleicht wahrnehmen? Das ist ein hochaktuelles Thema, was Sie da ansprechen und wird zum Teil im Moment in dieser Debatte Scholar versus Aktivist verhandelt. Also Wissenschaftler versus Aktivist. Und viele, insbesondere meine jüngeren Kolleginnen, sind der Ansicht aus der Politikwissenschaft heraus, haben wir gleichsam eine Pflicht, uns auch als Aktivistinnen zu verstehen und für die sozialen Ziele, die wir vertreten, auch einzustehen, ob das jetzt die Klimapolitik ist oder andere Dinge. Ich selber vertrete zwar die Ansicht, dass Politikwissenschaft Demokratiewissenschaft sein soll und sich in ihrem Erfolg letztlich auch daran messen lassen muss, inwiefern sie relevante Dinge erforscht, die dann auch zur Stabilisierung der Demokratie beitragen können, die die Funktionsbedingungen der Demokratie betreffen, aber auch normative Aussagen sich zutrauen muss, dass Demokratien in die eine Richtung oder in die andere Richtung sich fruchtbarer entwickeln. Das vertrete ich durchaus. Ich würde trotzdem sagen, für mich selber würde ich gerne dieses Bild, das ja doch ein bisschen funktionalisierend klingt, die Politikwissenschaft trägt die Verantwortung für die Demokratie, ablehnen, weil ich denke, als Staatsbürgerin haben wir eine Verantwortung für die Demokratie und weniger in unserer professionellen Identität, wo wir natürlich eine Menge davon verstehen. Aber wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, und ich hoffe, dass unser Gespräch auch Öffentlichkeit findet und Ihre vorherigen Interviews haben ja auch eine große Zahl von Zuschauern gefunden, wenn man an die Öffentlichkeit geht, dann muss man sich natürlich entscheiden, ob man Wissenschaft betreiben möchte, und ich glaube, dass wir beide das heute tun, oder ob man als öffentlicher Intellektueller oder öffentliche Intellektuelle Stellung bezieht in einer bestimmten politischen Streitfrage. Und wenn man das tut, dann muss man vielleicht auch ein bisschen darauf verzichten, dass man sich so geriert, als ob man die Dinge politikwissenschaftlich deduzieren könnte. Dann sind die Dinge nämlich viel umstrittener. Ich erinnere an die neue Mode, dass unsere naturwissenschaftlichen Kollegen jetzt im Laborkittel demonstrieren gehen oder sich bei der letzten Generation dann auch im Laborkittel im Sinne der Scientist-Rebellion dann auch anketten oder festkleben. Ich denke, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, ob man seinen Beitrag als nachdenkende Staatsbürgerin leistet oder ob man seinen Beitrag der Autorität entlehnt, die man als Wissenschaftlerin im Grunde kaum umgehen kann. Die bringt man einfach mit, ja, und dann ziehe ich jetzt nicht meinen Anzug an, wenn ich demonstriere, sondern meinen Laborkittel, damit das, was ich tue, eine höhere Autorität hat. Das halte ich für eine relativ gefährliche Entwicklung. Also ich verstehe die Leute, dass die sagen, wir haben eben mehr Zeit, diese wissenschaftlichen Studien zu lesen und der Klimawandel ist unverwendbar. Da besteht sowieso kein Zweifel, aber die Frage ist, ob das nicht ein Sprechakt in der falschen Rolle ist, der da vorgenommen wird. Und so ähnlich würde ich es auch bei der Vergangenheitspolitik gerne halten, dass die Politikwissenschaft da ihre analytische Rolle, auch ihre normative Rolle unterscheidet von der Intervention, die man als öffentliche Intellektuelle leisten kann, mit der man tatsächlich auch die politische Öffentlichkeit beeinflussen kann, die man aber in der Staatsbürgerrolle dann vornimmt. Ich würde vielleicht gerne kurz beim Selbstverständnis auch bei der Rolle der Politikwissenschaft genauer der politischen Philosophie und Theorie bleiben. Auch in unserem Fachbereich wird ja immer wieder und im Moment vielleicht ganz besonders die Frage nach der Relevanz der Vergangenheit für die Gegenwart gestellt. Für wie wichtig halten Sie beispielsweise ideengeschichtliche Texte mit Blick auf zeitgenössische Demokratietheorie-Debatten? Ist das eher Schnee von gestern oder sind das fruchtbare Ausgangspunkte und wichtige Ergänzungen, um heutige Fragen umfassend verstehen und verhandeln zu können? Ich meine, hier in Regensburg heißt die Theoriestelle ja auch Professur für politische Theorie, politische Philosophie und Ideengeschichte. Und ich finde, das ist eine sehr glückliche Kombination. Also erstens, denke ich, ist die politische Theorie sowieso von der politischen Philosophie abhängig. Und wenn sie die politische Philosophie nicht versteht, droht sie irrelevant zu werden. Das heißt nicht, dass die politische Theorie in politischer Philosophie aufgeht, sondern sie muss, Stichwort Demokratiewissenschaft, sehr viel stärker auch institutionell ansetzen. Wir müssen also mehr können als die Leute in der politischen Philosophie, die dafür natürlich tiefer in ihre eigenen Gebiete einsteigen. Aber ich würde sagen, also eine politische Theoriestelle, die antiphilosophisch angelegt ist, das ist der ganz falsche Weg. Also so sollte sich die Politikwissenschaft nicht entwickeln. Die Geschichte, also die Ideengeschichte, da denke ich, gibt es unterschiedliche Gründe, warum man auch den Vergangenheitsbezug jetzt nochmal hochhält. Und es gibt sicher viele Leute, die die politische Ideengeschichte heute in einer engen Kontextuierung ihres realhistorischen Bezugs erforschen. Das ist Cambridge School und das ist eine sehr ehrenwerte Methodologie. Aus meiner Sicht ist es die am wenigsten interessante Methodologie in der Ideengeschichtsschreibung, weil sie eben eine Relativierung auf die Kontexte mit sich bringt, die ein Autor wie Thomas Hobbes fast zum Scholar-Aktivist erklären, in welche Kontroversen interveniert Hobbes mit welchen Schriften und wer ist sozusagen sein unmittelbarer Gegner, die also sozusagen die Klassiker der Theoriegeschichte darauf reduzieren, in welchen Kontroversen sie gestanden haben. Das ist eine wichtige Aufklärung, das muss es auch geben. Aber ich denke eben, dass die politische Theorie von Theoriegeschichte mehr profitiert als von Ideengeschichte. Das bedeutet, wir erkennen ein bisschen anachronistisch die früheren Autorinnen als unsere Zeitgenossinnen an und wir versuchen sie zu überzeugen mit dem, wo wir andere Auffassungen vertreten, als sie es selbst getan haben. Wir versuchen, diese Gedankengebäude zu durchsteigen und auch unsere Studierenden auf das Niveau zu führen und dann versuchen wir, uns mit ihnen zu streiten, denn ich finde, das haben sie am allermeisten verdient, dass man sie jetzt also nicht nur versucht zu verstehen, sondern dass man ihnen den Gefallen tut, zu versuchen, sie zu widerlegen. Und von daher würde ich sagen, politische Theorie, politische Philosophie und Theoriegeschichte, das wäre für mich das Ideal einer Stellenausschreibung in der Politikwissenschaft. Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich vielleicht gerne einfach nochmal eine sehr allgemeine Frage stellen und die Brücke zu Gegenwart schlagen. Glauben Sie denn, dass unsere Demokratie momentan besonders gefährdet ist und wenn ja, welche Krisenphänomene sind vielleicht besonders virulent momentan? Ja, also es gibt sehr viele exogene Herausforderungen. Aber ich denke, diese Herausforderung des autoritären Populismus, die ist in gewissem Sinne selbst gemacht. Ich verkenne nicht, dass viele Leute auch legitime Beschwerden gegen die Art und Weise haben, wie Demokratie institutionalisiert ist, wie zum Beispiel die Besetzung von Parlamentssitzen im Bundestag läuft. Also Armin Schäfer hat da bemerkenswerte Untersuchungen angestellt, die darauf hindeuten, dass die Vergabe von Bundestagsmandaten eben so einem Oligarchieverdacht unterliegt. Dass das gut ausgebildete Leute sind und dass die weniger gut ausgebildeten Leute eben keine gute Vertretung haben. Also das sei alles anerkannt. Und trotzdem denke ich, dass man damit nicht erklären kann, was die Leute zu den autoritären Populisten überlaufen lässt. Gerade wenn man sieht, dass es oft auch sehr gut ausgebildete Leute sind. Leute, die eine gute Pension haben. Ja, Männer, die eine gute Pension haben, eine gute Ausbildung haben als klassische Wähler des autoritären Populismus. Sodass ich also sagen will, das ist eine besondere Herausforderung, weil die Endogen hervorgebracht ist. Niemand in der Bundesrepublik Deutschland ist irgendwie durch äußere Umstände gezwungen, sich den autoritären Populisten zuzuwenden. Es sei denn, man ist selber ein Politunternehmer und versucht damit Karriere zu machen und an die Regierung zu kommen und an die Macht zu kommen. Von daher würde ich sagen, die sehr große Herausforderung sehen wir bei den kommenden Landtagswahlen. Das ist die Frage, ob die Brandmauer hält, ob der Cordon Sanitär gegenüber der autoritär-populistischen Partei, die wir in Deutschland haben, der AfD, ob diese Brandmauer hält. Wenn die nicht hält, dann werden wir uns, denke ich, auf krisenhafte Zustände einrichten müssen, in denen nicht nur die Vergangenheitspolitik der bundesrepublikanischen Demokratie sich Herausforderungen entgegenseht, von dem wir ja noch gar nicht sehen, wie sie sie bewältigen können soll. Sondern dann wird sich auch die Demokratie flächendeckend neuen Herausforderungen stellen müssen, für die wir auch keine historischen Vorbilder haben. Ich glaube, es ist nochmal was anderes, ob man mit rechtsradikalen Akteuren in der Bundesrepublik paktiert oder ob man das in Ungarn, in Italien oder wo auch immer geschehen sieht. Was das bedeuten würde für die Europäische Union, das wage ich mir gar nicht auszumalen. Von daher denke ich, also die Augen müssen weiterhin nach rechts gerichtet sein und wir müssen uns fragen, wie können wir die Errungenschaften vor Regression schützen, die Errungenschaften, vor denen wir uns ja auch nicht unbedingt blamieren wollen in der deutschen Demokratie. Ich danke Ihnen sehr für Ihre anregenden Ausführungen, für das anregende Gespräch, auch für den Bogen zurück, sozusagen nochmal zur Bedeutung der Erinnerungspolitik für unsere aktuellen Herausforderungen und bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen.